okay nein miau ist was anderes ich habe gestern vergessen fernseh zu gucken nein ich vergesse immer wenn er so gucken okay ach regen der beste freund des farmers wenn es regnet musst du nicht bewässern wow danke für diesen tollen tipp ich muss auch nicht duschen weil ich kein badezimmer ein brief ein brief lieber gate die wo was wie geht es dir mein süßer ich habe ich habe dich echt ich vermisse dich seitdem du weg bist ich hoffe das farm leben ist das was du dir für dein leben erwünscht hast in liebe deine mutter ich habe dir cookies geschickt ich habe eine mutter das ist ja süß sehr schwierig das ist nicht lecker schule bedeutete kaugummi ist schule das heißt der man kaut lange dran aber okay 90 energie mutti habe ich schon eines dafür ich habe dafür vier schon juhu und ich denke da immer an zuikoden ich muss immer nicht zuikoden bei euch spielen die leute die leute die leute ich bin zu fanboy dafür so dann machen wir uns erstmal um das gießen weil wir haben ja kein hallo katze ich bin gleich da und hier kommen ja erdbeeren noch haben wir unten schon beim kale jetzt müssen wir aber nachkaufen noch für die letzten zehn tage wo es eigentlich alles unter hier unter stimmt 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 unter der der schnelle dünger ist unter meinem wir nennen ihn franz ich würde gern mit ihr spielen oder sie auf den arm nehmen wieso kann ich sie nicht auf den arm nehmen das ist irgendwie so böse vom spiel kannst du nicht auf den arm nehmen damit haben wir dich auf den arm genommen wir haben kale das ist dieses eklige was mutter in die braune eklige soße getan hat ich habe vergessen ich bin nicht gut im kochen ich bin gar nichts gut also fickt euch so guck mal wir haben ein sternchen bekommen kann ich eigentlich schon wieder was schenken aber shane kann ich was schenken ich kann ihn noch höher streiben das hört sich falsch an haben wir shane schon mal mochte shane die shit weiß ich gar nicht probieren wir dann aus weil robin ich weiß es echt nicht mehr ich glaube robin mochte die nicht ich glaube man hat gesagt ich gehe weg ich bin mir nicht ganz sicher ich weiß dass george fandet die doof alle aus dem haus fanden die doof george seine frau und alex dimitrius fand sie aber gut weil er sie studieren wollte das heißt ich schreibe jetzt eigentlich mal auf wer sie mochte dimitrius mag die bären ich glaube aber seine frau nicht und wie gesagt ich weiß nicht mehr wer leer ist dann gehen wir wieder nach oben machen wir dann die runde und müssen echt mal was finden für die anderen und dann gehen wir nämlich eine katze weil dann gehen wir hier hast du ein wasser obwohl du auch einfach am teich trinken könntest wie mein kater das damals gemacht hat aber okay so und was könnte ich dir noch schenken oh mein gott ich kann eine kub bauen ich kann kub bauen aber ich glaube ich nicht genug holz nein wird heute heute gesammelt hallo möchtest du etwas von mir hier dein freund sein darf ich aber nicht oder wenn ich ruhig bin überlege ich denn überlege ich nämlich es tut mir auch leid das ist schlimm das heißt ich überlege sonst nie nein ich überlege bloß ich überlege dann was ich best machen könnte ich optimiere wieder das ist nicht gut so immer wollte ich jetzt gucken wie viel es kostet dafür brauche ich 450 300 wird die mit alles andere hätte ich ich brauche ein kub wie viel kostet wird einer kostet zehn bis zu des wahnsinns solchen baum pflanzen ich könnte ein fall baum eventuell pflanzen bringt mir auf langer sicht was haus plant budget tv verstehe ich nicht warum ich habe doch schon tv ok du mochtest das nicht ich probiere es gar nicht aus du kommst uns immer besuchen auch wenn du gar nicht einkaufen möchtest hier oben wird es ziemlich einsam so wie man nicht der mann ist aber auch in der küche und die küche ist so weit oben das haus gebaut warte ich habe nichts gesagt robin super haus jay ich weiß weil es vorne ja ein laden ist und so alles ok fast hätte ich sie gedisst ich drücke immer rum bei earthbound ist da nämlich manchmal was versteckt aber hier scheinbar nicht ok heute hat glaube ich pam geburtstag das ist super super ist es nicht in ordnung so aber stimmt wir müssen ja sowieso wir müssen nicht aber wir wollten ja mehr kaufen cauliflower ist leider nicht so also wenn ihr das irgendwann spielt denkt dran die hier zu holen wer ist mit ein paar blumen ich glaube blumen verkaufen sich nicht so gut wie viel gibt denn kale kale gibt 110 wir machen also schon 40 gewinn für kale das könnten wir natürlich mal machen so richtig viel kale so ein ganzes ganz boom boom shakalaka steht ja blumen haben wir auch aber einmal verkaufen wir hier 218 also viel mehr ist es jetzt nicht ja hier die bohne die bohne behalte ich für alex weil das sind 40 ist nicht so viel ja jetzt geht's los dann holen wir uns kale ding 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 machen wir acht kale machen wir uns gleich noch fertilizer damit sie vielleicht besser werden obwohl schneller natürlich auch gut wäre aber den kann ich noch nicht machen alleine und er kostet viel zu viel wir könnten mal gras machen können ja mal für die zukunft schon mal gucken was das ist ne 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 hier orange braucht 28 tage das heißt wir könnten erst am ende des sommers da was holen das heißt es macht mehr sinn also es macht mehr sinn apfelbaum zu machen das problem ist sie braucht das geld wir können uns aber auch noch ein paar tage zeit lassen und dann machen wir am ende des frühlings ein apfelbaum damit wir im herbst geld haben ne ne und den rest auch da gucken wir dann mal wo wir die wo der beste platz ist und wir gucken mal wo die musik bleibt dann aber wer mochte tulpen irgendjemand hat gesagt er mag tulpen war das war das hayley ich weiß es nicht mehr ist egal wir haben jetzt kale erstmal thanks thanks ich kaufe dir alles ab für einen guten preis oder fairen preis nicht guten preis guter preis für eine million möchtest du den doktor sehen nein ich möchte gerne deine deine ausbildung sehen hallo immer gut essen deine ernährung ist wichtig äh jeden tag solltest du solltest jeden tag äh blaaa gemüse essen und am besten zu hause kochen kannst du kochen ich antworte einfach nicht ich gehe einfach raus und gucke maru gar nicht an how about that so er darf mich bloß nicht sehen oh hi ich habe nicht immer gewühlt alex ähm oh die luft wird langsam warm das macht mich richtig okay du hast wieder einen pluspunkt bei mir das macht mich richtig äh hibbelig also im guten sinne er mag sommer yes und wir haben hier äh ich habe zu viel getrunken letzte nacht jetzt geh nein hier du hast an mein geburtstag gedacht das ist beeindruckend danke dir danke dir Pam gleich zwei ja ja stimmt ja das macht ein geburtstag ja hier oh yeah oh yeah ne richtig harte bohne 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 alex wir bohnen alex 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 äh bla 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 ja ok war nichts neues alex brauchen bohnen oh da ist ja wieder äh die ich nicht mochte oder ah ne penny penny warte jodie penny äh äh ah ne penny okay ja tschüss penny ich habe gerade keine ahnung wo penny lebt heute habe ich mich entschieden meine klamotten zu ordnen ich werde alles vom letzten jahr rausschmeißen weil es nicht mehr im style ist und für die neuen platz machen sie redet richtig mit mir als ob es mich interessiert sind die anderen in der schule weil ich meine in der homeschooler jody du bist ein farmer vielleicht kann ich dir irgendwann mal beibringen wie man am besten gemüse macht ja hier jody darf ich nichts mehr schenken jody komm raus ich möchte mit deinem sohn alleine sprechen gleich wieder rein die vertrauen aber einen fremden ganz schön hallo vincent ich hab hunger wo ist mutter ich kann dir den maul stopfen oh er hat gezittert es tut mir leid es wurde plötzlich zu real das wollte ich nicht oh vincent sorry ich mag dich doch ich mach doch nur meine witze weil sie einfach der der große bruder spielt musik die mutter geht raus und dann geht der fremde mann einfach mal so rein steht ihr steht hier reingehen der amulett typ ist nicht mehr da da ist bestimmt nur im regen da bestimmt ist der toad oder oben ist was das sah doch jetzt wirklich aus wie ein durchgang oder kann mir keiner sagen dass sie nicht auch dacht haben dass wir ein durchgang schön und haben wir hier ein vielleicht kriegen wir den jetzt hin ok perfekt ich weiß nicht ob perfekt irgendwas bringt vielleicht gibt es mehr erfahrungen oder sowas ich komme da nicht ran kann ich vielleicht an den strand näher weiter rein ich brauche ein boot ich brauche ein boot kommt das ist sehr nah ich muss mich zu hause noch um sachen kümmern ja shit der war aber ein schatz man will den schatz haben ne ach wartet ich glaube eins schaffe ich noch bevor ich die sache verkaufe ich sehe sogar den boden wenn dein schatz ist dann spring doch einfach mal rein du gehst doch im regen auch rum dann hast du keine ganzen sachen zum wechseln also ich weiß nicht wie du du gehst mit nassen sachen in naja ok der arzt hat gesagt du bist jung und deshalb ah 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 hui der war aber ein hering wirklich spiel als ob sie mich verarschen wollen ok ich sollte den hering jetzt behalten mal schauen ich will überlegen ob ich mir die neue bambus äh hole die bambus pole ah besser als was ist das wie heißt mein andere hering hat nur 37 shovi kann weg coral kann weg ich behalte den hering mal weil er falls er ihn haben möchte warte wie heißt das ah ich habe ein bambu pole schon kannst du mir doch gar nichts neues geben hm äh was äh ich würde dir erzählen über was ich nachgedacht habe das ist ein äh fischer geheimnis ok ich möchte das hier kaufen ich möchte das hier kaufen ich möchte gar nichts kaufen geh weg ich könnte mir diese trout soup holen ich denke mal als ein effekt wie dieses besoffen sein kann ich mir gut vorstellen dass äh dass wenn man die trinkt kurzzeitig besser als am fischen warum auch immer wenn ich ein mensch esse bin ich auch nicht besser im interaktion mit menschen als redet er wieder über die clouds mochtest du das äh interessant nein ok also sam auch nicht wir haben jetzt vier leute die das mochten oder ja ok tschüss hab dich lieb ich kenne dich nicht wirklich aber ich finde dich jetzt nicht blöd oh müll 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 ich find Sam in Ordnung obwohl er Musiker ist und mit dir möchte ich einfach mal so reden wieso kann ich mit dir nicht einfach mal so reden ich kenn dich gar nicht Gunther will man jemanden kennenlernen oder will einfach nur meine Sachen typisch Frauen was oh nein wieso hast du nur bis vier auf mhm eine kacken Maschine macht alles dreckig warte war hier hinten doch noch was nö wenn eben nicht außerdem ist euer Zaun kaputt blöden Säcke so ja dann hab ich eigentlich nichts mehr zu tun außer mich um das Kale-Feld zu kümmern das wird was dim 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 ich weiß nicht was ich besser finde was findet ihr besser? die ähm die Sache von Harvest Moon wo man Bären finden kann wenn man besondere Sachen macht und dadurch mehr Energie hat oder hier dass man auflevelt und immer mehr Energie hat für Sachen weil das finde ich jetzt auch nicht scheiße warte warte eins zwei drei vier fünf äh eins zwei ich weiß nicht wie das wie das jetzt geht ich hoffe mal das reicht das sind nämlich vier dann habe ich ja noch genug alles gut so meine Kekse die werde ich zu einem besonderen werde ich aufbewahren so das wird meine Kale-Farm hier habe ich noch irgendwas geholt? nö warum nicht? ich habe doch noch so viel Platz wieso habe ich nicht mehr geholt? ach ich bin so dumm ach ich habe das hier noch geholt Gras äh Gras bauen wir natürlich da an wo die Leute nichts sehen versteht ihr? versteht ihr Gras? die Katze freut sich da oben gucken wir mal ob wir hier Gras machen können aber wir machen natürlich hier auch Gras das ist Gras für 100 ja ich würde mich auch gerne so hinlegen ey ich bin voll pisst ich habe hier so viel Gras das ist ja denn hunderte hier was ich hier an 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 Wert habe das Gras brauchen wir für die Tiere? naja wir brauchen Holz aber erstmal holen wir uns das hier und gucken ob links na was war das? ich habe nicht ich habe nach unten gedrückt nee ich gehe jetzt nach oben das finde ich viel interessanter so nee leider ist der nicht da vielleicht nur war das mal Regen? weiß ich gar nicht mehr oh yeah so viele Bären können wir einseitig Leute mit ähm uns mögen lassen aber das sind Leute die ich mag ich mag Demetrius ich mag äh Pam sogar obwohl sie naja Pam ist so bisschen Trash aber ähm Jodie finde ich sehr cool daher geht das in Ordnung blöder Zauberer blöder blöder hier Dingens luftikus nein was soll ich sagen blöder Löwenzahn aber so viele Bären auch wenn die alle nur 5 geben du kannst dir wenigstens was kaufen nach und nach größer werden und ein Imperium aufbauen und irgendwann gehört die gesamte Star Day Star Day Stadio Valley Uuuuuh ich will dieses Haus aufbauen das ist voll cool so im Geheim dass die Leute nicht vorbeikommen und sagen die Leute kommen eh nicht vorbei und sagen wie schön mein Haus ist ihr Bitches aber hier hinten so ein eigenes Haus und ab mit einer Aussicht irgendwo hin wir können es ja nicht sehen also bestimmt super schön ich nehme den Tieren das Essen weg das Essen weg denn ich bin Dreck oh yeah genauso wie das wie das Farbschema jetzt mhm wie das wunderschön von der Augen oh I love it vielleicht aber wenn ich genau gucke leuchtet mir eine Blume da da total gesehen nein ich weiß nicht was es ist sah bloß anders aus ah das war mit die Erde ach Manno wo ist denn ein Löwenzahn düm 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 ich kann nicht wenn man Löwenzahn sagt muss die Melodie irgendwie im Kopf kommen ganz schlimm so heute war Bären-Tag mhm was aber gut ist wir haben 56 fucking Bären das erinnert mich sehr an Harvest Moon 3 auch wenn es da exzessiv war aber okay machen wir hier noch mehr Platz würde ich mal sagen auch wenn ich wieder nichts sehe gehe ich wieder hoch mit meinem Kopf mhm ja doch die Energie reicht noch dann machen wir noch die Bäume hier ich weiß noch nicht äh wo der Apfelbaum nein 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 wir gehen da hin wir gehen die Hautbäume ja komm einen schaffst du noch den hier noch weil der ist vor diesem Haus das bestimmt noch irgendwie für mein Pferd oder sowas wird keine Ahnung dafür bestimmt brauche ich noch mehr Holz irgendwann habe ich kein Holz mehr aber wir haben die Brücke unten heil gemacht und da sind bestimmt alle super was ist das was ist das ok ja ok erkenne ich jetzt nicht und das Gras sieht wunderschön aus da haben sich die 100 ja richtig gelohnt habe ich hier achso war einfach nur nicht verbunden Hallo Katze kannst du was von was passiert hier gerade Steuerung eigentlich kann ich die nicht wegschmeißen danke danke Spiel dass du dass ich die nicht wegschmeißen kann oh mein Gott das hat mir gerade Angst gemacht so wir haben selbst wir haben Green Beans wir gucken einfach morgen ob wir da was mit machen können wir haben einen Zaun den können wir noch gleich machen oder morgen ist vollkommen egal und das hier behalten wir eigentlich auch ist eigentlich auch egal gute Nacht Steuerung das ist eigentlich wie auf jeden jahr sehen wir das ist oder